Okay, was soll's. Augen zu und weiter. Okay, es scheint alles gut zu sein. Willkommen zurück bei Among the Sleep. Ich kacke mir noch immer fröhlich in den Windeln. Und zwar vom Allerfeinsten. Obwohl eigentlich gar nichts passiert. Okay. Wir müssen wohl wieder einmal durch ein Rohr klettern. Teddy. Teddy, komm. Ich halte dich ganz fest und wir rutschen jetzt gemeinsam mal wieder runter. Ja. Wir haben's zurück geschafft. Es gibt nichts Böses, Teddy. Kommst du mir eigentlich hinterher? Tatsache. Komm, Teddy. Ich muss gerade mich selbst tragen. Ich schaff das gerade nicht, uns beide zu tragen. Ja, ich versuche die ganze Zeit einen Weg hinaus zu finden. Aus diesem ganzen Mist. Wahrscheinlich muss ich einfach nur aufwachen. Ich muss das doch alles träumen. Das kann doch nicht echt sein. Okay, Teddy. Ich nehm dich doch mit. Du kleiner, süßer Bär. Oh, ich brauch dich einfach. Na, bei mir. Wieso gehst du einfach wieder von mir runter? Ich hoffe doch sehr. Ja. Ja. Das krieg ich hin. Also, einfach das hier wieder rein. So, die Spieluhr. In den Ofen oder was auch immer das ist. Ist schon ein Ofen. So. Zu mit dem Ding und einmal wieder. Das ist echt schwer, das Rad. Okay. Damit haben wir Nummer zwei gelöst. Und jetzt ist aber die Frage, wo kommen wir jetzt wieder hin? Teddy, halt dich fest. Vorsicht. Ja. Mama hört sich tatsächlich jetzt klarer an, aber... Das Lied... Das Lied... ...ist trotzdem nicht schöner, ey. Mann. Wieso muss denn sowas sein? So, rüber hier. Gut. Egal. Komm. Wieder runter hier. Auf ins nächste Abenteuer. Ah, ja, ja. Was? Welche Erinnerung wird uns jetzt erwarten? Ah. Okay. Das ist noch viel weniger schön als... ...der Spielplatz. Ich gucke erstmal, ob es hier irgendwas Interessantes gibt. Kann ich die Flaschen rausnehmen? Tatsächlich. So, ich räume erstmal alles aus. Ich mache erstmal Krach. Ist ja mit Tieren auch so. Sollen wir Krach machen, dann rennen sie weg. Zumindest die meisten. Oh, kann ich mir die Lampe mitnehmen? Ah, Mist. Komme ich hoch? Katsache. Das ist gut. Vielleicht gehen wir doch... Komm. Ja, komm, 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 komm. Nein, verdammt. Mist. Ich hatte ja gehofft, dass ich mir die Kerze mitnehmen kann. Okay, Teddy. Bist du da? Okay. Alles gut. Alles entspannt. Ist nur ein... ...altes Haus, in dem... ...Bäume in den Fluren... ...wachsen. Ich versuche doch, leise zu sein. Ja, aber das ist mir... Okay. Das sieht irgendwie so ein bisschen aus wie... ...so eine Mischung aus Hotel und... ...nem Haus von irgendeinem Kult oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall überhaupt nicht schön. Teddy, du... Ich muss dich leider vor mich halten. Ich hab... Ich hab sonst Angst. Ich muss... Ich muss dich... Als... Du wärst... Du bist bestimmt stark und wärst alles ab, was da so kommt. Oh. Das ist ja... ...sogar relativ... ...schön hier. ...irgendwie trotzdem... ...creepy, aber... ...wenigstens nicht mehr so dunkel. Ist das für ein... Oh. Konnte ich gerade... ...wieso blinkt das Puzzlestück da? Ach. Puzzleteile kann man hier sammeln. Konnte man das etwa auch in dem... ...anderen Level? Das wäre ja schade, wenn wir was verpasst hätten. Wenn wir auch, äh... ...das Ganze im... ...auf dem Spielplatz... Da hinten, ja. Ich hab schon gedacht... ...Tally, du meinst die Blätter, die hier von oben fallen. Das sieht einfach nur aus wie Blätter, aber das da hinten könnten tatsächlich... ...Erinnerungen sein. Und wie es aussieht, müssen wir zuerst da hinten durch... ...und dann öffnet sich wahrscheinlich... ...hier links und rechts... ...öffnen sich weitere Erinnerungen. Wow, wow, wow. Was war das? Ah. Aha. Jetzt müssen wir quasi das Puzzle hier vervollständigen... ...damit sich nach und nach hier wahrscheinlich was öffnet. Oh, das sieht auch aus wie eine Hand, die da sich irgendwie... ...ääh... ...reingekrallt hat in den Baum. Nö. So, Puzzleteil. Genau, das möchte ich. Und zwar da. Oh, 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 oh. Okay, das wird unser letztes Ziel dann sein. Okay, was ist... Welche Erinnerungen erwartet uns... ...erwartet uns jetzt hier? Gänsehaut. Was ist das? Das ist eine Brücke. Hatte ich vielleicht eine kleine Schwester? Das ist doch ein Mädchen. Was sind das schon wieder für Schritte? Alter. Oh. Oh, oh, oh. Boah. Okay. Wir sind mal jetzt ganz, ganz... ...furchtlos. Oh Mann, was ist das denn jetzt hier? Ein alter Wald. Hier ist die Brücke. Das ist doch... Nee. Die Brücke gerade auf dem Bild war aus Stein, oder? Das hier ist eine Holzbrücke. Und es sieht ganz und gar nicht freundlich aus hier. Teddy, du bist da. Ich freue mich. Ui, ui, ui. Auf jeden Fall lerne ich hier gut laufen, ey. Ich könnte ja auch die ganze Zeit krabbeln, aber... Oh nee, ey. Das finde ich gar nicht gut hier, den Sumpf. Und rüber. Ich habe ja sowas erwartet, ey. Aber es war trotzdem gemein. Komme ich hier hoch? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Aber hier muss ich unten durch. Gut. Das ist ja immer natürlich sehr gut. Ha. Komme ich hier hoch. Alter. Was ist hier los? Ey, Mann. Okay. Ich stehe einfach mal wieder auf. Ha. Ich bin einfach mal ein Mann jetzt. Okay, das bin nur ich. Das bin nur ich. Ein Pilz? Kann ich hier mitnehmen? Hallo, Pilz? Nee. Kann ich hier hoch? Oh. Was war das? Nee. Da komme ich nicht hoch. Was ist das für ein Zeichen? Vielleicht komme ich irgendwann von da oben runter wieder. Das sind irgendwie... Was ist das für ein Zeichen? Oh. Was ist das? Das ist einfach nur eine Schublade. Okay. Und dann kann ich da hochklettern. Alles klar. Gut. Aber ich möchte erstmal nochmal gucken, ob hier noch irgendwas Interessantes ist. Denn wir müssen ja ein Puzzleteil finden. Bisher habe ich allerdings noch keins gesehen. Ich habe nur irgendwelche komischen Geräusche gehört. Gut. So. Einfach mal hier hoch jetzt. So. Dann hier hoch. Und nächste. Ach, da hätten wir auch hochklettern können, wie es aussieht. So. Fenster einmal öffnen. Zack. Einmal durch hier. Teddy. Kann ich da... Ja, ja. Kann ich. Oh. 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 Was war das? Oh. Seht ihr das daneben in dem Baum? Sind das jetzt nur Blubberbläschen oder ist da irgendwas? Okay. Es sieht nur aus wie Blubberbläschen, aber... Wobei es sind eher Blubberblasen. Die sind überhaupt nicht niedlich. Kann ich mal die Füße besser anheben, ey. Kinder, ey. Heb die Füße an. Okay. Teddy muss ja nicht immer hinhalten. Okay, die Blasen bleiben, wo sie sind. Das ist gut. Muss jetzt da wieder hochklettern. Hier komme ich anscheinend nicht durch. Nee, komme ich nicht durch. Mann. Vielleicht ist das einfach... Vielleicht haben wir... Früher woanders gewohnt. Vielleicht in einem Wald. Als vielleicht meine Mutter noch mit unserem... ...meinem Vater zusammen war. Hm. Okay. Ich würde sagen, wir kriechen jetzt hier einfach mal durch. Mann. Was soll denn das immer? Was soll denn das immer? Okay. Komm mal. Was soll das denn? Da hatten wir endlich mal eine vernünftige Lichtquelle hier. Und schon wird sie wieder ausgemacht. Oh, hier. Den... Äh, Globus. Wir erinnern uns. Der schwebte vor unserem... ...ersten Sinnbild unserer Mutter. Und das ist, glaube ich... ...der Arschloch-Typ. Passiert es jetzt gleich wieder, wenn ich hierher gehe? Oh. Ey. Diese Sounds. Okay, hier muss ich runter. Und hier wieder hoch. Fahr. Lauf. Ha. Was war... Was war... ...das? Alter, was war das? Nimm das. Jetzt sag mir nicht, ich muss da nochmal runter und da hinten ist irgendwo das Puzzleteil. Hey, Mann. Und wieso sind diese... ...Spielsachen sind alle so grässlich. Ei, 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 ei. Sorry. Okay. Drinnen leuchtet was, wie es aussieht. Oh. Vorsicht. Nicht auf den Kopf fallen, das ist ein Ding. Komm schon. Na. Jetzt. So. Alter, kommt mir da was hinterher? Okay, das ist wieder die creepy Raupe und wir haben das Puzzleteil gefunden. Na. Was ist hier los? Okay, hier kommen wir wieder. Okay. Nein. Ah, nein. Okay, wir haben das nächste Puzzleteil gefunden. Alles gut. Kletter einfach mal hier hoch jetzt. Ja, jetzt kommen wir wieder zurück. Da, wo wir vorhin waren. Oh, gut. So. Und hinunter. Zack. Ah. Nee. 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 Oh, schnell hier durch. Es scheint aber tatsächlich unser Vater zu sein, den wir da immer hören. Das war auf jeden Fall eine männliche Stimme gerade. So, Sprinte. Oh. Hm? Gesundheit? Was? 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 Alter. Was war das? Okay. Aufs Ziel fokussieren. Wir müssen das Puzzleteil abgeben. So. Da rennen wir jetzt einfach mal hin. Mein lieber Scholli. Oh. Nee, nee, Teddy. Ich hab nicht vor, hier lange zu bleiben. Damit das klar ist, ey. So, Puzzleteil. Zack. Wunderbar, ey. So, jetzt müssen wir noch das letzte Puzzleteil finden. Das schaffen wir auf jeden Fall auch noch. Okay. So. Vielen Dank.